Ah, hallo Leute, ich denke gerade an eine ganz besondere Geschichte. Ihr kennt sicherlich die Geschichte noch nicht, aber wenn ihr sie gehört habt, werdet ihr sie nicht mehr vergessen können. Es ging um das eine Mal, als der Wildfighter einen Dämon aus der Unterwelt besiegt hat. Also, lehnt euch zurück und genießt die Show. Ach ja, was für ein wundervoller Tag. Die Sonne scheint und die anderen Pau-Fuchs-Charaktere sind außer Haus. Dann habe ich das ganze Haus für mich ganz allein. Ach ja, schön kann das Leben sein. Ich glaube, das erste, was ich machen werde, ist Nintendo Switch-Top. bin. Vielen Dank. So, und als nächstes gehe ich baden, denn wenn keiner im Haus ist, kann auch keiner das Bad besetzen. Ach ja, so macht das Baden doch Spaß. Moment mal, ich habe fremde Geräusche gehört. Das ist nicht gut, ich gehe mal jetzt mal gucken. Aha, leider habe ich dich schon gehört. Jetzt wird es Zeit, dass du eine gerechte Strafe kriegst. Friss Blei, du Kreaturne-Unterwelt. Oh, oh, das Gewehr hat nichts gebracht, das ist nicht gut. Ich brauche schnellen Klambi, ich brauche schnellen Klambi. Die Ananas. So, nimm das. Aha, und wieder einmal hat der Hawaii-Fighter den Tag gerettet. Hurra! Und ja, das war die Geschichte. Hawaii-Fighter hat den Dämon besiegt. So, das war es mit dieser Geschichte. Freut euch auf die nächste Geschichte, die ich euch erzählen werde.